Sie sind hier, 10. Januar 2019, 21.47 Uhr, von Sport-Informationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern mit dem Kanter-Sieg gegen die Eisbären Berlin marschiert Mannheim weiter an der Tabellenspitze Urheberrecht Getty Images am 38. Del-Spieltag kommen die Adler Mannheim zu einem Kanter-Sieg gegen die Eisbären Berlin. Damit marschiert der Tabellenführer weiter unangefochten vorneweg. Spitzenreiter Adler Mannheim ist dem Hauptrundensieg in der deutschen Eishockey-Liga Del einen Schritt näher gekommen. Am 38. Spieltag gelang dem siebenmaligen Meister beim 6 zu 2, 1 zu 1, 3 zu 1, 2 zu 0, gegen die Eisbären Berlin der fünfte Sieg in Serie. Die Adler führen mit 84 Punkten die Tabelle mit einem komfortablen Vorsprung vor Meister Red Bull München, 72 an. Service-Deltabelle im Sport-1-Datencenter Die Eisbären, 53, sind nach der sechsten Niederlage im neunten Spiel unter Interim-Streiner Stefan Rich erweitert Tabellenneunter. Das Erreichen der Pre-Playoffs ist für den Wiesemeister mit 15 Punkten Vorsprung auf die Nürnberg-Eistigers auf Rang 11 aber nicht in Gefahr. Der deutsche Nationalstürmer Matthias Flachter, 12., 38., die Kanadier Andrew Deschardy, 21., und Luca Adam, 40., 44., sowie der Amerikaner Chad Coleric, 57., sorgten in der Mannheimer Sub-Arena für den verdienten Heimsieg. André Rankel, 7., und James Shepard, 24., trafen für die zu Beginn ebenbürtigen Berliner. Das Spiel im Stenogramm Adla Mannheim, Eisbären Berlin, 6 zu 2, 1 zu 1, 3 zu 1, 2 zu 0, Tore, 0 zu 1, Rankel, 6 Uhr 24, 1 zu 1, Plachter, 11 Uhr 21, 2 zu 1, Deschardy, 20 Uhr 9, 2 zu 2, Schepard, 3 und 20 Uhr 29, 3 zu 2, Plachter, 37 zu 18, 4 zu 2, Adam, 39 zu 30, 53, 5 zu 2, Adam, 43 zu 16, 6 zu 2, Koleric, 56 zu 26, Zuschauer, 11.384, Strafminuten, Mannheim 6 plus, Disziplina, Wolf, Berlin 4 der 38, Spieltag, Donnerstag, 10. Januar Adla Mannheim, Eisbären Berlin, 6 zu 2, 1 zu 1, 3 zu 1, 2 zu 0, Freitag, 11. Januar Schwenninger Wild Wings, ERC Ingolstadt, 19.30, Krefeld, Pinguine, Red Bull München, 19.30, Grizzlies, Wolfsburg, Nürnberg, Eis, Tigas, 19.30, Iserlone, Hustas, Augsburger Panther, 19.30, Straubing, Tigas, Fischdown, Pinguins, Bremerhaven, 19.30, Dienstag, 26. Februar Düsseldorfer EG, Kölner Reihe, 19.30, von Sportinformationsdienst.